Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Borderlands 2 mit dem kleinen Schnorrer und dem großen Fuder. So, ich geh mal kurz aufs Klo. Ja, knapp 6 Dollar. Brandschadengranate ist auch nicht so schlecht. Vor allen Dingen die haut richtig rein. Die haut richtig rein, yeah. Oh, noch wieder. Hier wieder oberhalb. Boah, rechts hier die Türe. Oh, was war doch ein Wader. Was war das, was war das? Oh, was war das? Oh, was war das? Oh, jetzt ist ja der Herr in die G crown. Oh, Schade. Oh, Schade ist ja der Herr in die Borde. Oh, Schade ist ja der Herr in die Borde. wollen wir jetzt wieder eigentlich oben das da holen oder also dass wir hier reinkommen letztes mal war es ja muck oh hier gibt es wieder einen granatwerfer ja da nicht so heiß drauf wie viel schuss hat denn der hat nicht so viel oder raketenwerfer hat nicht viel aber du hast ja eh einen aber ich weiß nämlich wie viel schaden deiner hat ich hab den jetzt weggenommen da an der tür ja Oh ja! Boah! Nein, Mann! Krieg! Was ist denn? Steht da eine Frage? Ja! Ich muss nochmal HP, falls sie wollen. Ich bin fast. Ich bin fast. Ich bin fast! 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 Wie heißt das hier für die Muni, die man hier mal aufnimmt? Die kommt gar nicht dazu. Ich bin fast! 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 Ist ja krass! Mehr Waffen! Mehr Waffen! Mehr Waffen! Mehr Waffen! Mehr Waffen! Ne. Ich hatte den Ah, hier ist ja zugekommen schon alles. Ich wollte gerade fragen, hast du da so ein dickes MD? Aber das ist ja dein... ein G-Dick. Ja, das ist ein G-Dick. Das ist aber auch ganz schön doof, dass wir jetzt hier wieder den... den ganzen Weg nochmal hier hinten rennen müssen. Ja, ich weiß. Das ist ja... so, jetzt können wir uns das hier nochmal anhören, ne? Ach so. Ruft lauter, Jungs! Mach, es kann uns nicht hören! Waffen! 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 Aber ist auch genau das gleiche wie letzte Uhr. Mhhm. Das ist... hat das ja nicht so schön, eigentlich. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Sorry... ich glaube jetzt muss man wieder zu dem damm wir sind auf den dammen aber wir müssen nicht weit das ist gut das ist hier gleich um der ecke ich würde gerade mal gucken wir diese ganzen granaten motz und so und so kann sich in diese skin anpassungen braucht ein charakter weiß ich brauchst du brauchst du nicht es hat nur skin anpassung die kann man rotzen und wie ist aber hier diese ganzen granaten motz hallo meine ausgerüsteten und so ein schild habe ich auch noch dabei ich meine kreis ist mir da wo der fack Ich hab mir jetzt zur Hölle geschickt Ach, das war schon Da ist zu viele, dass er dir stirbt Was, außer dem Stuhl? Kämpft der jetzt gegen uns? Ja, ja Alter, hab ich nicht voll Na, so einen hat er dann Ja, ob er jetzt nicht vorbereitet Der DMG steht in diesem Scheiß Ja Ist auf jeden Fall Granat Ja Mein Rocketboard Ich bin auch von dir Oh yeah Auf, ey Yeah Ja Tut mir leid, dass ich dich töten wollte Mach den Roten Bauer nicht bitte Ich hab noch mal ein Ultima Ich hab noch mal ein Ultima mit Ich hab noch mal versucht, dich zu töten Watt oder? Ja Hehehehe Chill Ja, du wolltest auch schon mal zu knacken Und nicht mal alles gleich drauf sammeln Ich war abgelenkt Hm Nie immer Hä? Ach da Ob ich still da unten Na toll Was? Ne, ich renne hinter dir hier lang Ja Und rennen in die Olle, äh, Granate Ja Und rennen in die Die du da in der Darwäse für mich in den Weg hast Ja Und rennen in die Ja Ah Geht's auf, das schießen wir nicht Und die Die Schiebkehle da, ey Hehehe So Das wird bestimmt wieder gleich zum Kampf kommen Meinst du? War doch eben schon Ja und Was ist denn das hier? Ich installier mal den Kern Jaaa Danke, ich werde jetzt versuchen dich zu töten. Schon wieder. Ja, weil da hast du wieder. Großmann. Die Granate ist gegen den richtig gut. Oh. Ich glaube da auf dem Boden liegt nur einer, oder? Ach hier, Fliegeldinger wieder. Hast du den? Die Fliegeldinger? Die kriege ich nicht. Nö, die kriege ich nicht. Das ist schlecht mit meiner Pistole. Ups. Was ist denn hier jetzt eigentlich für die Warte? Ach, das ist die... Warte, doch Pistole. Ja. Ach, leck mich. Okay, egal. Ich gehe nicht weiter. Oh. Ja, der fliegt ja weiter hinterher dann. Ich habe jetzt keine Granaten mehr. Also nicht. Ja. 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 auch munition warum müssen der punkt eigentlich hinter uns weil er will dass wir zurücklaufen hier ist ja eine reise ich glaube ich stelle jetzt meine ich aber ehrech da sind Ich glaube, ich habe gerade meinen Geschutz selber kaputt geschossen. Ich glaube, ich habe einen Kaffentuch heute noch nicht. Hier oben steht da noch ein Dicker. Oh! Ist der tot? Ach, hinter unten! Oh no! Boah, was rutsche ich denn an? Was? Du bist auf? Nein! Was sagt man das? Sooo... Nein! Verdammt! Was? Warte, verdammt! Warte, verdammt! Was soll da wohl spielen? Ja, ist nur Munition noch. Hier! Ach so! Träuelbepäuser würde ich mal sagen, hey! Ach so! Ja! Das ist ja komisch! Spitze bedanke dich Tschüss